Was geht ab, Schildkröten-Gang? Heute haben wir eine richtig heftige Drachenfamilie und ich bin der Drachen-Papa. Was geht ab, Lea? Was geht ab, Ussi? Was geht ab, Oxy? Okay, Leute, ich würde sagen, wer von euch will denn meine Drachenfrau sein? Hm, Lea, hast du vielleicht Interesse? Ich auf jeden Fall nicht. Ey, Junge, Ussi, du kannst nicht mal meine Drachenfrau sein, Alter. Oh, Mann, okay, Oxy, ich bin eine Drachenfrau. Und dann heißt das ja, dass Ussi unser Drachenkind ist. Junge, Ussi, du bist einfach ein kleines Kind. Oh, nein. Okay, ich würde sagen, Leute, Papa, Drache, zeigt euch erst mal, was für einen krassen Drachen er hat. Das hier ist Schildi, Leute. Schaut euch den mal an, das ist mein Drache. Oh, yeah. Er sieht gar nicht gut aus, schau mal. Äh, Moment mal, was soll das bitte, Ussi? Du kannst doch nicht einfach auf meinen Drachen steigen. Lea, sag ihm sofort, dass er... Lea, sag ihm sofort, dass er runter soll von meinem Drachen. Na los, du bist deine Mutter. Warte mal, du bist doch der Papa. Ich habe gedacht, du bist hier der Boss. Oh, Mann, hey, hör mal zu, Kleiner. Du kommst sofort runter. Ja, das ist immer noch mein Drache. Das weißt du schon, oder nicht? Nein, ich will nicht, das ist unser Drache. Na gut, ich würde sagen, ich bin einfach mit Ussi drauf. Wie cool ist das? Lea, kannst du auch noch drauf kommen, oder wie? Das wäre richtig krass. Dann wären wir auch zu dritt. Eine richtige Familie. Aber ich glaube, mein Drache hat nur Platz für zwei. Ich glaube, du kannst sie aufnehmen. Oxy, reiht du mal nur so mit deinem Sohn. Die Mutter schaut gerne zu. Warte mal, die Mutter schaut zu. Na gut, Lea, checkt das mal ab, Leute. Ich bin ja Papa Drache. Und jetzt checkt das mal ab. Drei, zwei, eins. Wir fliegen direkt in die Lüfte, wuhu. Alter, stellt euch das mal vor. Einfach im echten Leben einer Drachenfamilie. Und das Coole ist, Lea, wir können auch richtig schnell fliegen. Checkt das mal ab. Ich kann hier zum Beispiel einfach meine Fluggeschwindigkeit ändern. Und das Coole ist, ich kann auch richtig krass Feuer spucken, beziehungsweise ich habe ein Wasserspucken, den Drachen. Schaut euch das mal an, Leute. Wie cool ist das? Boah, ist das nicht richtig cool? Okay, ich würde sagen, Ussi, Lea, zeigt ihr mal eure Drachen. Habt ihr auch sowas gut für euch, oder ist euer nicht so gut? Warte mal, was? Oh, ja, ich habe einen richtig coolen Drachen. Schau mal. Warte mal, was? Wow, Ussi, du hast ja auch schon einen Drachen. Oh. Einen Moment mal, Lea, du als Mutter hast einfach so einen kleinen, richtig süßen. Wie süß ist der denn, bitte? Oh, ja, schau mal, das ist Coco. So habe ich ihn jetzt auf. Das ist Coco. Schau mal wie süß er auf meiner Schulter ist. Oh, ähm, hallo, Coco. Na, kann man dich essen? Ey, ich meine, willst du was essen? Entschuldigung, Lea, ist doch nur ein kleiner Witz. Okay, ich würde sagen, Leute, ich zeige euch jetzt mal alle meine Drachen, ja? So, ich rüste jetzt mal einfach jeden einzelnen aus, Leute. So, bap, 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 let's go. Wow, die sind ja alle voll süß. Das sind meine zwei Kinder, Lea. Das ist einmal Galruf und der andere ist einfach Ruhe. Ich habe ihn einfach Ruhe genannt, weil ich will immer Ruhe haben. Dann schreibe ich immer Ruhe. Ist das nicht lustig? Hä, warte mal, Ruhe. Oh, Mann, der arme Ruhe. Oh, yeah, okay, ich würde sagen, und Ussi, du als mein Sohn hast einfach so ein krasses Haustier. Was soll das bitte, Junge? Alter, wie habt ihr bitte schon einen Babydrachen? Ich will auch eins haben. Naja, gut, ich würde sagen, Schildkrönen-Gang, lasst ihr ein Like und Abo da, wenn ihr wollt, dass wir unsere Drachen direkt noch viel, viel stärker machen. Na, los, Lachen und Abonnieren und, boom, die ganze Schildkrönen-Gang, Liked und Abonniert. Okay, ich würde sagen, ich packe mal kurz meinen Drachen wieder ein und hole einmal den kleinsten Schildi raus. So, bam, und zwar, wir können Schildi auch ein bisschen was zu essen geben. So, wir füttern ihn mal hier mit Fleisch, Leute, mit einer Zitrone, und die Heilung. Warte mal, was ist denn los, Lera? Was meinst du bitte? Ich gebe kurz Schildi ein bisschen was. Okay, zeig mal her, was meinst du? Oh, mein Koko ist gewachsen, du hast recht. Oh, Jasch, aber wie süß der ist. Oh, Mann, kann man jetzt auch auf Koko reiten oder was? Koko, check mal ab. Wow, Koko ist richtig süß. Aber weißt du was, Lera? Ich habe hier meinen Drachen und ich kann einfach die Bindung aktivieren. Das bedeutet, Leute, ich kann den Teddybären zum Mund meines Drachen ziehen, Leute, und mein Teddybär mag dann mich immer mehr. Schau durch das mal, Leute. Mein kleiner, süßer Drache schläft einfach. Let's go. Wie cool ist das bitte? Er schläft auch mal nicht weg hinauf. Na los. Was? Alter, wie cool ist das bitte? Guck mal, wir streichen und fliegen uns einfach um ihn. Ey, Schildgrün, schreibt mal rein, welchen Drachen findet ihr cooler? Mein, Leras oder Ussis? Hä, warte mal. Lera, was machst du auf mein Drachen? Alter, das ist mega cool, Oxi. Schildi ist wirklich so ein süßer Drache. Weißt du das? Okay, komm mal mit Lera, ich zeige dir jetzt was richtig cooles. So, Leute, äh, Ussi, Mama und Papa fliegen einmal weg. Ja, wir kommen nachher wieder, okay? Was? Wo fliegen wir bitte hin? Boah, Alter. Was hast du gemacht? Wo sind wir hier jetzt? Wir sind wieder am Anfang. Okay, steig mal auf. Äh, Ussi, ich und Lera, wir kommen nachher wieder, ja? Okay, bis bald. Tschüss. Nein, ich komme nicht wieder raus. Alter, lass uns einfach Ussi zur Adoption freigeben. Wie lustig wäre das bitte? Nein, Spaß. Ich hab das gehört. Okay, Ussi, es war nur ein kleiner Witz. Komm her. Leute, wir fliegen jetzt komplett hoch, einfach Mama Lea und Papa Orksi, Leute. Das ist einfach der kleine Ussi. Und ich würde sagen, check das mal ab, Leute. Ah, da muss einfach eine richtig coole Frucht, hast du das gesehen? Warte, das muss Schildi unbedingt essen. So, schnell nach oben, Leute, schnell nach oben. Schildi, Mahlzeit. Oh, wie süß. Schau dir das, Mann, der isst das ja wirklich. Warte mal, weißt du was? Du kannst auch die Früchte aufsammeln. Dazu muss Schildi nur den Baum kaputt machen. Äh, Schildi, mach mal den Baum kaputt. Na los, Schildi, der hört immer auf mich. Schau. Schildi, mach den Baum kaputt. Und ja, er kriegt's hin. Let's go, Schildi. Alter, Leute, schaut euch das mal an. Schildi braucht aber ganz schön lange. Boom, wir haben den Baum einfach kaputt gemacht und essen jetzt die ganzen Erbäpfel. Wie cool ist das bitte? Alter, das ist ja richtig cool. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, Schildi muss noch ein bisschen größer werden, oder nicht, Lea? Hm, du hast recht, aber warte mal, wir bringen ihn bitte zum Wachsen. Hm, ich glaube, wir müssen uns irgendetwas ausdecken, weil ich meine, Schildi ist jetzt noch nicht so groß, dass die ganze Familie drauf passt und das wäre schon wichtig, Leute. Wir müssen auf jeden Fall hinbekommen, dass Schild noch viel, viel größer wird. Und warte mal, Usi, was machst du da? Kämpfst du etwa gegen böse Monster, oder was? Oh ja, und ich kämpfe nicht mit euch, ich bin gegen euch jetzt. Warte mal, was? Wir haben einen abtrünnigen Sohn einfach. Ach so. Nein, Lea, Wir sind ganz viele Bösewichte, Usi, lass uns wieder vertragen. Der böse Sohn namens Usi. Usi, du musst unbedingt bei uns bleiben, okay, Usi, du kannst nicht böse werden, weil hier sind richtig viele Krokodile und so und wir von der Drache fahren. Wir wollten mich zur Aktion rein gehen. Usi, das war doch nur ein Sohn, in Wahrheit wollten, äh, das war doch nur ein Witz, meine ich, in Wahrheit wollten wir dir einfach ein, ähm, ja, ja, wir wollten einen Bruder bringen, wenn man das so sagen kann. Oh ja, ganz genau. Einen Bruder? Was? Wie meinst du das bitte, Orksi? Bambam, stellen wir hier Wildschwein einmal und Leute, checkt das mal ab, Alter, wir können einfach in die Luft fliegen und können einfach den Speed aktivieren und können beißen und rumschreien, aber jetzt machen wir auf jeden Fall Schildi noch ein bisschen größer, let's go. Aber Leute, bevor wir meinen Drachen wachsen lassen können, müssen wir erstmal mit Schildi noch richtig viel erkunden und leer, ich hab gehört, hier sind auch böse Bosse, schau mal hier zum Beispiel, hier ist ein richtiger Fiesling drin, so, Bambam, wir machen das einmal hier auf, zack, 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 Leute, und, doch, 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 schau jetzt, boom, schau mal, wir haben einfach eine Höhle gefunden, Leute, so, jetzt alle enger beieinander bleiben, okay, Ussi, wo bist du? Ussi, komm, lieber, stell her, wo bist du? Das wird sonst richtig gefährlich, wirklich, Alter, hier waren richtig viele Goldschätze drin, weißt du was, wir müssen mehr auf Ussi aufpassen, oh ja, stimmt, unser kleiner Sohn ist echt ein bisschen gefährlich, Leer, das liegt alles an deiner Erziehung, der Boss ist doch viel lieber, ich will einfach mit dem Boss, haha, Ussi, hör mal, du bist mein Sohn, du kommst ja jetzt sofort her, das kannst ja wohl nicht, das kann ja wirklich echt nicht angehen, Ussi, Ussi, adios Maximus, du kommst jetzt sofort her, so geht's doch endlich, ey, das kann's doch echt nicht sein, Leute, dass Ussi einfach so lange, doch bis er hin kommt, du bist so gemein, hör mir mal zu, Ussi, hier sind böse Bossen, und wir müssen unbedingt probieren, die zu besiegen, schau mal, wir erkunden erstmal hier alles, so, bam, 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 schau euch das mal an, hier geht's einfach richtig krass durch, und, boah, wir kriegen hier so richtig viele Sterne, die müssen wir alle einsammeln, oh, ja, das glaube ich auch, warte mal, Ossi, ich glaube, Koko kann wachsen, warte mal, Koko, du meinst dein kleiner Drache, wirklich, Ossi, schau mal, was ich auf meiner Schulter habe, wie cool ist das denn, bitte, du hast ja auch noch einen, oh, Koko ist gewachsen, aber der ist ja noch nicht so gut wie meiner, ne, Lea, äh, nein, leider nicht, aber Koko ist ein echt lieber, schau mal wie süß der ausschaut, ähm, Lea, Koko sieht eigentlich eher aus wie ein Pupsi-Drache, aber naja, egal, willst du dich lieber bei mir mit drauf kommen, beinahe ist viel cooler, Lea, und es kommt schon rauf, ähm, okay, du hast eigentlich recht, Koko kann hinterher fliegen, let's go, Koko, okay, ich würde sagen, komm direkt rauf, Lea, und wir fliegen direkt los, komm schon mit, Ossi, es geht los, Junge, es geht los, warte mal, was, nein, das geht doch gar nicht, ich bin noch nicht bereit, Ossi, wir fliegen jetzt los, mein Sohne, Mann, es reicht uns wirklich, wir werden die alle auslöschen, mit unserer Drachenfamilie, oder nicht, aber wo sind die bitte schön, Ossi, wenn ich das wüsste, dann würde ich doch hinfliegen, deswegen suche ich doch gerade auch, schaut euch das mal an, Leute, hier unten sind böse Bossen, hallo, 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 wie siegt sie alle, bam, 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 Alter, jetzt müssen wir richtig alle aufpassen, beieinander bleiben, und pass auf jeden Fall auf Koko auf, let's go, let's go, let's go, bam, 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 ich bin der Stärkste, wir haben sie gerade einfach alle richtig, besiegt, Ossi, oh yeah, aber mein Kleiner braucht auf jeden Fall was zum Essen, hier nimm mal ruhig, bisschen Fleisch, so, boom, okay, ich würde sagen, Ossi, ich fliege weiter in die Luft, let's go, auf geht's in die Lüfte, okay, Freunde, hier vorne sehe ich auch noch irgendwie so eine andere Insel, die Frage ist nur, wo sind die ganzen Gauner, Ossi, ich bin runtergefallen, einen Moment mal, du bist vom Drachen gefallen, Lea, wo bist du, ich habe sie runtergeschubst, ha ha ha, Alter, dein Ernst, Ossi, hey, Lea, du musst hier vorne doch irgendwo sein oder nicht, warte, ich komme zu dir und, ein Moment mal, da bist du ja, oh Mann, geht's dir gut? Ja, mir geht's glaube ich einigermaßen gut, aber was passiert bitte mit dir? Warte mal mit mir, warum das denn bitte, was meinst du, mit mir passiert doch gar nichts, warte mal, hier sind irgendwelche Bösewichte, Leute, schaut das mal an, was, die greifen uns an, Leute, dann los, besiegt die Bösewichte, Hilfe, okay, Leute, der Bossfight beginnt, schaut euch das mal an, die Bosswarteschlange, Lea ist auch schon drin, und Usi auch, okay Leute, wir werden jetzt gegen einen richtig heftigen Boss kämpfen, ja, wir müssen das unbedingt schaffen, natürlich schaffen wir das, was glaubst du denn bitte, wir haben ja Schildi, Coco und Tauruck, na gut Leute, ich würde sagen, lasst uns rein starten, oh ja, was ist das denn bitte für ein Drache, check die mal ab, oh nein, hä, warte mal, irgendwie hat sich bei mir die, das was ich ausspucke, geändert, Lea, ich spucke auf einmal irgendwie so, hä, irgendwie so Blätter aus, wie cool ist das bitte, Lea, warum, ich glaube, du hast ein Element, ich glaube, mein Drache ist einfach vegan geworden, wie cool ist das denn bitte, okay, wir müssen unbedingt den Typen hier besiegen, jetzt go, ich beiß ihn einfach, mhm, 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 let's go, okay, alle gemeinsam Leute besiegt, in er ist ein richtiger Bösewicht, wisst ihr, wisst ihr, was er gemacht hat, er hat die Schildkröten Gang, bis aufs übelste beleidigt, und genau deswegen machen wir ihn jetzt fertig, let's go Leute, alle raus, aber er hat sich die beiden anderen Gang beleidigt, deswegen hat er noch eine Chance für mich, ey, lass Lea in Ruhe, Junge, bam, 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 keine Sorge Lea, ich hab ihn, jetzt komm her, ja, jetzt rett der Wettner, oh nein, er hat seine Superpower Ulti angenommen, nein, 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 und sie das nur sein Versteck, er hat einfach Angst bekommen, weil Orxy, der Papa King, hier einfach herkam, und dann hat er einfach Angst, wie versteckt er sich, dann hat er seine kleinen Lakaien, ey, ganz ehrlich Leute, wir machen ihn so fertig, let's go, let's go, so, besiegt die ganzen Lakaien, Schildkröten Gang, bap, 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 so, da vorne ist noch einer, Alter, lehrt es irgendwie aus wie ein Axelotel, ne, oder nicht, was sind das für Monster hier, oh ja, das sind die Monster hier, ah, du hast recht, ach, ich kann ahnen, das ist auf jeden Fall böse, ganz genau, sind irgendwie böse Axelotel, und irgendwie so böse Schild, ne, nicht Schildkröten, das sind, das sind Krokodile, Alter, ne, Krokodile, glaube ich, okay, das ist ein Wildschwein, und Wildschweine, Leute, also, eklav, ne, so, bam, bam, nimm das, du Wildschwein, Alter, da vorne ist auch noch ein Krokodil, nimm das Krokodil, bam, 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 Alter, die haben keine Chance gegen meinen kleinen Schildi, der ist einfach der Stärkste hier, let's go, Schildi, boom, oh ja, du hast recht, Leer, weil ihr seid ja auch meine Familie, und meine Familie ist natürlich auch stark, aber, hey, du hast gar nicht mal mehr so viele Leben, ne, kann das sein, wir haben echt viel Leben schon verloren, das ist wirklich richtig schwierig werden kann, so, ich klepp den hier einmal, Leute, bam, bam, und ich glaub, gleich kommt der Boss raus, oder nicht, wenn wir diese Leiste hier gleich bis zum Letzten aufgefüllt haben, let's go, besieg mal die ganzen Bösewichte jetzt, da vorne ist noch einer, Ussi, besieg die schon, nein, Koko ist verletzt, warte mal was, ey, wer hat Koko verletzt, Junge, bam, 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 nimm das, man, nimm das, let's go, und Leute, ich hab auch nicht mehr viele Leben, aber wir müssen es schaffen, diesen bösen Boss hier zu besiegen, Ussi, hast du irgendeine Taktik dir ausgedacht, du hast doch irgendwelche Bananentaktik immer drauf, oh ja, die Bananentaktik ist, wir greifen die Lange los, let's go, alle liken, er hat mich eingefroren, oh nein, Lea, Lea, pass auf, oh nein, Alter, das ist überhaupt nicht gut, Leute, Lea wird gerade so geschädigt, ich bin jetzt abgeschickt, oh nein, Ussi, du lebst doch, Autsch, Alter, der hat mir richtig Schaden gemacht, oh, nimm das, nimm das, bam, 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 let's go, ich bin eingefroren, Schildkröten Gang, oh nein, komm her, Autsch, oh, danke schön, Lea, du hast mich gerettet, so, bam, bam, ich habe ein Leben verloren, nimm das, Lea, pass auf, ich habe ihn gleich, ich habe ihn gleich, jeden Moment, oh nein, der kann er ruhen, let's go, ich glaube, wir haben ihn, oder, Leute, haben wir ihn besiegt, oh ja, Alter, wir haben ihn besiegt, Schildkröten Gang, check das mal, ich kann eine Belohnung nehmen, ich nehme natürlich die Smaragdbox, ist ja klar wie Kloßbrühe, Alter, wie cool ist das mit, let's go, Schildkröten Gang, wir haben einfach den Boss besiegt, oha, wie krass sind wir, ich glaube, wir sind eine richtig krasse Drachenfamilie, oder nicht, Leute, und, das bedeutet, Schildi kann ich den jetzt schon ein bisschen wieder hoch upgraden, aber er braucht auf jeden Fall was zum Essen, Leute, so, und ein bisschen Heilung braucht er auch, Leute, so, zack, 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 gerne hier mal alles, Schildi, mein Kleiner, schaut euch das mal, Leute, Schildi ist einfach schon Level 4, ne, der ist richtig süß, der Kleine, was ist der für, Mann, der ist gar nicht süß, na gut, Leute, ich würde sagen, lasst mal direkt ein Wettrennen machen, wer am schnellsten bei den Bergen ist, okay, auf drei geht's los, eins, zwei, drei, let's go, und, hallo, let's go, Schildkröten Gang, und, was, wie schnell ist Lea, bitte, oha, Lea, Koko ist richtig gut geworden, let's go, let's go, let's go, check das mal ab, let's go, Leute, so, bam, bam, und, okay, du bist auf die Insel, komm, let's go, let's go, let's go, wir müssen unbedingt schaffen, let's go, let's go, und, drei, zwei, eins, boom, ich bin drauf, du denkst ja noch eine Insel, oha, du bist aber noch eine Insel höher geflogen, ne, ich dachte eigentlich, diese Insel wird hier, ich bin auf die größte Insel einfach geflogen, aber, Leute, mein kleiner Drache ist Sleepy, das heißt, er will schlafen, oder nicht? Oh, ja, Koko ist auch wirklich müde, oh, man, kleiner Drache, warte, Leute, wir fliegen eben kurz hier, komm mal her, kleiner, nimm mal das, oh, schaut euch das, Schildkrötengang, seid jetzt alle ganz leise, Leute, der schläft, na los, damit würde ich sagen, falls euch, ey, hör auf zu schreien, Uzi, hör auf zu schreien, oh man, ganz genau, Koko und Schildi schlafen, oh man, Uzi, sei leise, okay, Schildkrötengang, falls euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt jetzt ein Like und ein Abo da, hier rechts im Link finden noch weitere, echt so coole Minecraft und auch Roblox Videos, drückt unbedingt drauf, Leute, und Leute, haut rein, ihr seid die Besten, bringt auch das nächste Video drauf, tschüss, abonniert.